Er kommt ein bisschen später als gedacht, 14 Uhr wird er bei uns eintrudeln, spätestens. Also er kommt, er hat nicht auf uns vergessen, ganz klar, er hat sich ja extra einen Knoten gemacht in sein Kariertes Taschentuch und er kommt, wenn er nicht noch mehr einschlaft. Andreas, jetzt bitte munter bleiben mit mehr Musik, zum Beispiel Melanie, Fiona oder John Farnheim oder Klassik Das heißt, im Prinzip bin ich jetzt im Vorfeld, bevor der Kappalee kommt, dann um 14 Uhr. Einen schönen Nachmittag! Der Anthony Steier mag Super Summer Super Summer Non-Stop-Super-Hits Jetzt wie jetzt Einen Branden